Das ist meine Holzwelt. Man kann auch sagen Türmböe. Wir müssen die Sperrenschakt verlegen. Hoffentlich klappt alles. Das geht steil bergab. Die Polizei ist auch schon da, um zu sichern. Alle Fahrzeuge sind abfahrbereit. Und hier habe ich das hingestellt, damit es da lang geht. Die Rampe runter. Gleich am Anfang ist ein Unfall passiert. Die Polizistin hatte großes Glück, wie so ein Wunder umverletzt. Der andere Mensch wurde auch nicht getroffen, weil er war im Auto. Aber oben steht auch noch das Polizeigurz. Schnelles Cosmos dazu. Was und Land Rover müssen zusammen den Traktor aufziehen, damit er freikommt. Los geht's. Alles klar, hat's super geklappt. Und das ist doch ... Schnelles Cosmos wieder. Er hat es auch nicht geschafft. Er ist leider von der Bahn abgekommen. Ist nicht schlimm, er kann aus eigener Kraft drauf fahren. Und jetzt kommt er mit Schwarz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bitte vorsichtig weiterfahren. Okay, just one more stunt. Let's fliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020